Ich poste mich heute selber und zeige euch ganz alte Bilder von mir. Es gibt keinen, der eine krassere Transformation durchgemacht hat wie ich. Let's go! Die Pinselfrisur, die jeder mal hatte, da war ich 15 Jahre alt. Wir reden nicht weiter drüber. Ein Jahr später sah ich dann so aus, da war ich 16 Jahre alt. Ich glaube, da hatte ich meine Mental Breakdown-Phase. Wir kennen das alle. Fünf Monate später von dem vorherigen Bild zu das hier. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Ich wünsche, ich könnte auch mal so aussehen. Smash auf jeden Fall. Ich dachte, es kann nicht schlimmer werden. Doch, es kann schlimmer werden. Ich weiß auch nicht, vor allem auch nicht die Caption. Was habe ich mir dabei gedacht? Realität schreibt man groß. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, da habe ich gedacht, okay, ich bin ein Carlos aus Spanien. Der berühmte Hundefilter auf Snapchat kennen wir alle. Pass. Passfoto ist auf jeden Fall das Schlimmste. Das hier. Das bin einfach nicht ich. Da sah ich auch ein bisschen wie Kollegah mit schwarzen Haaren. Ich wünsche, ich könnte das ändern. Natürlich hatte ich auch noch eine Wellenstein-Phase. Da sah ich so aus. 2019 war das. Das war ein ganz okay Bild. Ich glaube, nicht mehr so krassen Vorwort wie jetzt. Vergessen, lange Haare hatte ich auch mal gehabt. Ich glaube, jeder Junge kennt sich in Struggle, lange Haare wachsen zu lassen. Das ist einfach Pain.